Druck dir dein Simrace den Lenkrad einfach selbst aus. Es muss nicht immer unbedingt mehrere 100 Euro, wenn nicht sogar 1000 Euro kosten, wenn du ein Lenkrad mit USB-Anschluss haben willst. Vor allem, wenn es außerhalb eines Ökosystems sein soll. Wie ich es gemacht habe und wie du es auch machen kannst, zeige ich in diesem Video. Viel Spaß dabei. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass ich mir jetzt ein Lenkrad gedruckt habe, statt mir einfach eins zu kaufen? Naja, die Sache ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe letztes Jahr sehr lange überlegt, ob ich von meiner CSL Elite zu einer DD-Wheelbase wechseln soll. Und meine Favoriten waren halt eben eine VHS oder eine Summa-Cube-Wheelbase. Dadurch kommen halt eben autark funktionierende Lenkräder in Frage, die per USB einzeln angeschlossen werden. Und die sind nun mal, wie wir wahrscheinlich alle wissen, nochmal deutlich teurer als jetzt irgendwelche Lenkräder, die in einem Ökosystem funktionieren und dementsprechend auch an den Hersteller gebunden sind. Da meiner Meinung nach aber das Force-Feedback deutlich wichtiger ist als das Lenkrad eigentlich selbst, habe ich halt super lange den Wechsel aufgeschoben, weil ich mich einfach nicht so wirklich damit anfreunden konnte, nochmal on top zu der Wheelbase so viel Geld fürs Lenkrad auszugeben. Und dann kam halt eben das große Aber. Wenn man halt einen 3D-Drucker hat, kann man natürlich wahnsinnig viel Geld sparen, indem man sein Lenkrad einfach selber druckt. Und genau aus diesem Grund und weil ich sowieso schon immer einen 3D-Drucker haben wollte, war das jetzt genau der richtige Anlass, letztes Jahr im November zum Singles Day ein Elegoo Neptune 4 Pro zu kaufen, mit dem ich bisher echt super zufrieden bin. Das erste Projekt war dann also natürlich sofort das Lenkrad und das musste natürlich auch unbedingt selbst konstruiert sein. Wie könnte es auch sonst anders sein als Maschinenbauingenieur? Für irgendwas muss es ja gut gewesen sein, das zu studieren. Seit Dezember war ich also mit diesem Lenkrad dann unterwegs. So sah es aus, das erste Wheel, wie das AMG-Wheel, relativ breit, 32 cm. Ich dachte mir, wenn du schon die Möglichkeit hast, dann mach es doch einfach mal so wie das neue Lenkrad. Fand ich eigentlich gar nicht schlecht, 32 cm. Deswegen habe ich es auch direkt mal so ausprobiert. Und ich muss echt sagen, ich war jetzt in den drei Monaten echt sehr zufrieden damit. Ein paar Anpassungen waren noch nötig, aber ansonsten muss ich auch sagen, habe ich echt nicht mehr viel an dem Lenkrad geändert. Anmerkung noch kurz nebenbei. Ich habe natürlich auch viele der aktuellen Lenkräder, die so auf dem Markt sind, in der Hand gehabt, testen können, damit ich auch einen vernünftigen Vergleich habe mit dem, was ich selber haben will an Ergonomie, Größe, Anzahl der Funktionen und all sowas in die Richtung. Das habe ich eben schon gemacht. Ich bin jetzt nicht komplett blind reingegangen und habe mal irgendwie ein Lenkrad entworfen. Und damit kommen wir auch zum eigentlichen Highlight des Videos und zwar das neue Wheel, das GT Print V2 Wheel, jetzt hier in der Elite-Variante. Nach den drei Monaten Testphase und so ein paar Updates war es nämlich soweit. Das GT Print V2 ist jetzt fertig und du kannst es dir auch drucken. Hier in der Elite-Ausführung hast du entsprechend sage und schreibe 28 Funktionen, also Inputs plus natürlich eben die Magnetshifter. Erster Link ist in der Videobeschreibung, da geht es zu den Lenkrädern. Was haben wir denn jetzt überhaupt hier? Wir haben 14 Button auf der Front, wir haben zwei Button seitlich versteckt, wo man selbst in Kurven gut mit den Mittelfingern drankommt. Hier haben wir ganz kurz gezeigt, also ihr seht es links rechts jeweils ein Knopf. Man kommt hier perfekt ran, ohne irgendwie die Hand vom Lenkrad zu nehmen, weil er einfach sofort da ist und man löst ihn meiner Meinung nach auch nicht aus Versehen aus. Dann eben noch zwei Rotary Encoder mit Druckknopf auf der Front. Ihr könnt ihn eben drücken, in beide Richtungen drehen, sollte logisch sein. Und dann noch zwei Rotary Encoder mit Druckknopf für die Daumen. Auch die kann man noch reindrücken. Macht in Summe eben 28 Funktionen plus Shifter. Mir ist gerade beim Schneiden des Videos aufgefallen, dass ich eine wichtige Sache komplett vergessen habe und zwar sind das die Magnetshifter. Da ich das Wheel jetzt natürlich so auf meine Bedürfnisse ausgelegt habe und so wie ich es gerne hätte, kann es natürlich sein, dass es für dich ein bisschen anders ist. Deswegen habe ich es so gemacht, dass ihr die Shifter euch selber anpassen könnt. Die sind in der Höhe einstellbar. Es gibt drei Stufen, das ist jetzt die mittlere Stufe. Ihr könnt noch einen höher, ihr könnt aber auch tiefer mit den Shiftern. Und ihr könnt eben die Schaltwippen selber, wie ihr hier seht, nach innen und außen schieben. Also die zwei Möglichkeiten hoch runter und links rechts. Die habt ihr für die Shifter, dass ihr da nicht unbedingt auf meine Konfiguration so komplett angewiesen seid, sondern dass ihr da auch selber wählen könnt. Dann noch eine weitere wichtige Sache, die man vielleicht auch einmal erwähnen sollte. Ja, das Lenkrad kommt komplett aus dem 3D-Drucker bis halt auf solche Zukaufteile wie Knöpfe, Kabel etc. Ich denke, das ist klar. Was halt eben heißt, auch die Frontplatte ist gedruckt. Um auch das nochmal angesprochen zu haben, weil in der Regel wird ja darauf zurückgegriffen, dass man dann zumindest die Frontplatte aus Metall oder Carbon macht. Ich habe mich jetzt bewusst einmal dafür entschieden, damals beim ersten Lenkrad es ebenfalls zu drucken. Und für mich ist es ausreichend stabil. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie stark ihr eure Wheelbase eingestellt habt. Aber ich habe das Ganze halt auch ausprobiert mit der VHS-Wheelbase. Habe die mal auf maximaler Stufe gestellt. Und es ist vollkommen okay. Ich demonstriere das einfach mal kurz, damit ihr da auch ein Gefühl für habt, wie es denn ist. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit mit den Dateien, euch die Frontplatte aus Metall oder Carbon zu fertigen, beziehungsweise das eben auszudrucken als Schabolon und zu nutzen. Das geht natürlich auch. In dem Fall, ich hatte Bock darauf, das komplett zu drucken. Wie ihr seht, funktioniert. Sieht eigentlich meiner Meinung nach auch mit dem Druckbett, was ich habe, ziemlich schick aus. Es ist auch direkt schwarz oder in der Farbe, in der ihr es drucken wollt. So, wenn ich das jetzt entsprechend hier einfach mal so festhalte und versuche, das ein bisschen zu biegen, seht ihr, das sind halt echt in die Richtung im Prinzip nur die Griffe aus TPU, die hier etwas nachgeben, was halt auch klar ist, weil die natürlich auch ein bisschen nachgeben sollen. Also wenn ich jetzt entsprechend hier drauf drücke, klar, geben die nach. Wenn ihr das Ganze mal noch in die andere Richtung macht, da habt ihr wirklich gar keinen Flex drin. Also das kann ich wirklich sagen, wenn ihr es versucht, so zu verwinden, das ist wirklich aufgrund des Grundkörpers alleine schon extrem stabil, weil dass der Grundkörper aus Kunststoff ist, das macht halt wirklich gar nichts aus, weil dadurch, dass wir hier auch entsprechend Höhe haben und da drin auch noch so die eine oder andere Versteifung, dann passiert da gar nichts. Das Einzige, wo ihr ein bisschen mit rechnen müsst, ist halt tatsächlich in die Richtung. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, ihr könnt euch auch genauso gut aus einer Metallplatte oder ansonsten auch aus Carbon, wie ihr natürlich wollt, ich habe es jetzt nicht gemacht, könnt ihr euch auch daraus die Frontplatte bauen. Sollte im Endeffekt auch nicht so viel teurer werden dadurch. Ich denke mal so 30, 40 Euro mehr müsste man dann schon rechnen. Dann müsst ihr es natürlich auch wirklich entweder von Hand selber machen oder ihr lasst es halt eben fertigen, das wird natürlich deutlich teurer. In dem Fall einfach ausdrucken, fertig. An der Stelle war ich auch einfach ein bisschen faul und wollte es ausprobieren, hat funktioniert. Kurze Info schon mal vorab zu den anderen Versionen. Wie gesagt, das wäre jetzt Elite. Pro ist ohne Daumenencoder, also zwei Rotaryencoder auf der Front. Und in der Basic-Variante gibt es dann gar keinen Rotaryencoder. Da wird entsprechend auf die Daumenrotaries und auf die zwei auf der Front verzichtet. Elite, Pro, Basic. Wovon labert der Typ jetzt eigentlich? Ich zeige dir jetzt einmal kurz in aller Kürze, welche Varianten gibt es denn überhaupt. Denn du hast die Wahl aus insgesamt neun verschiedenen Varianten. Dann zeige ich dir kurz, wie viel das Material ungefähr kostet. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo du bestellst, wie die Preise gerade schwanken oder ähnliches. Und dann geht es auch schon rein in den Zusammenbau von dem GT Print V2 Elite, welches ich hier gerade eben gezeigt habe. Und kommentiere das Ganze noch ein bisschen. Wenn das Lenkrad für dich interessant ist, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Es gibt nämlich noch eine kleine Aktion zum Release. Welche Varianten gibt es also? Wir haben drei verschiedene Größen bzw. Breiten und wir haben drei verschiedene Ausstattungspakete. Er gibt also in Summe neun Konfigurationen. Da sollte, denke ich mal, für jeden was dabei sein. Gerade bei der Breite des Lenkrads scheiden sich ja oft die Geister, weshalb du von dem Klassiker in 30 cm bis hin zu der AMG-Wheelgröße mit 32 cm einfach selber entscheiden kannst. Es gibt also 30, 31 und 32 cm. Kannst du dir einfach selber aussuchen, was für dich am besten passt, gebe ich dir gar nicht vor. Und so ist es eben auch mit der Ausstattung. Da gerade so die Rotary-Encoder schon so ein bisschen was beim Preis ausmachen, kannst du eben auch hier wählen, ob dir die Funktionen wichtiger sind oder der Preis. Wenn du dich nicht direkt entscheiden kannst oder willst, das ist auch gar kein Problem, dann schau dir am besten einfach mal die Bundles an. Da gibt es nämlich auch ein paar Kombinationsmöglichkeiten, die ansonsten vielleicht für dich am passendsten sind. Nächster Punkt, was kostet mich das Lenkrad? Dass hier neben dem DIY-Projektgedanken eben auch oder sogar vor allem um den Preis geht, wird das bestimmt auch ein wichtiger Punkt für dich sein, weshalb ich den Gesamtpreis natürlich im Vorfeld so transparent wie möglich darstellen will. Bei der Kostenabschätzung sind Versandkosten schon mit drin. Das heißt auch, dass wenn ihr jetzt mehr als nur ein Lenkrad bauen wollen würdet, in verschiedenen Größen oder wie auch immer, dann wird es natürlich pro Lenkrad entsprechend noch mal was günstiger. Das macht je nach Shop auch gar nicht mal so wenig aus. Kann durchaus schon mal so einen Unterschied machen. Das heißt, wenn ihr es eventuell in 30 und in 31 cm oder vielleicht eher in 30 und 32 cm euch bauen wollt, dann ist es pro Lenkrad ein Tick günstiger. Anhand der Sachen, die ich jetzt gekauft habe fürs Lenkrad und benutzt habe, sind es also fürs V2 Elite ungefähr 120 Euro, fürs Pro ungefähr 110 Euro und fürs Basic ungefähr 100 Euro glatt. Da ist jetzt aber wichtig zu sagen, wie gesagt, die Versandkosten, die sind überall mit drin. Die sind teilweise auch gar nicht so gering. Und da sind eben auch einige Sachen dabei, die von der Größenordnung her größer sind, als ihr sie wirklich braucht. Zum Beispiel sowas wie die Gewindehülsen. Da braucht ihr natürlich nur einen Bruchteil von. Das heißt, entweder ihr habt vielleicht Gewindehülsen schon zu Hause oder ihr kauft die vielleicht irgendwo einzeln, wie auch immer. Ich habe es jetzt einfach in dem gesamten Artikelpreis gerechnet und nicht jetzt einfach runtergerechnet auf das gesamte Paket, dass ihr dafür nur 5 von 100 braucht und deswegen ist es dann so und so günstig. Also der Preis ist jetzt nicht unrealistisch. Er ist eigentlich sogar zu hoch für das, was ihr wirklich verbraucht von den Materialien teilweise. Was abgezählt ist in dem Preis sind Schrauben und Muttern, die Magnete, die Rotaries, die Mikroschalter für die Shifter. Und was eben nicht abgezählt ist, wovon eigentlich immer Überschuss da ist, ist in dem Fall die Druckknöpfe an sich, wobei der Überschuss nicht allzu groß ist. Dann die Kabel, die ich da jetzt vorgeschlagen habe, beziehungsweise die ich benutzt habe. Das war auch ein größeres Paket. Dadurch hättet ihr aber eben dann auch die Möglichkeit, verschiedene Farben zu nutzen etc. Also auch da bleibt einiges über. Die Gewindehülsen natürlich auch. Und so teilt sich das eben auf, auf wirklich abgezählte Sachen und Dinge, die ihr für andere Projekte auch immer noch nutzen könnt. Grundsätzlich aufgrund dieser doch eigentlich relativ in absoluten Zahlen gesehen geringen Preisunterschiede würde ich trotzdem auf jeden Fall ehrlich gesagt immer das Elite empfehlen. Ihr habt einfach deutlich mehr Funktionen. Und der Preisunterschied vom Basic zum Elite wären ja jetzt in dem Fall ungefähr 20 Euro. Ich würde die mitnehmen, um den Sprung zu machen von 16 Funktionen auf 28. Das würde ich mir jetzt nicht entgehen lassen, aber das kann natürlich jeder von euch selbst entscheiden. Macht natürlich auch mehr Verkabelungsarbeit etc. aus. Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Das Basic ist natürlich ein bisschen entspannter und einfacher zusammenzubauen. Eine wirklich wichtige Anmerkung noch an der Stelle ist, es geht hier um das Lenkrad selbst. Also die Stücklisten und die STL-Dateien zum Ausdrucken letztendlich und alles, was dann da drumherum dazu gehört. Der Code für ein Arduino ist nicht Teil des Produkts. Falls ihr also ein Arduino nutzen möchtet, der Code dazu ist öffentlich und stammt eigentlich eben auch von einer Buttonbox aus einem anderen Projekt. Auch das verlinke ich dazu einmal in der Videobeschreibung. Fürs Lenkrad musste der Code aber gerade so in den wichtigsten Bestandteilen auf jeden Fall nochmal angepasst werden für die Rotaries und eben auch für die Matrix, die jetzt fürs Lenkrad genutzt wurde. Nichtsdestotrotz, für den Arduino, den ich jetzt hier in meinem Fall auch mal, den ich jetzt in meinem Fall hier auch mit drin habe, wollte ich es einfach als Arduino Projekt mal ausprobieren, weil ich vorher auch noch nicht wirklich was mit einem Arduino gemacht habe. Deswegen war das eine super Möglichkeit. Ihr seid aber nicht auf ein Arduino angewiesen. Ihr könnt es genauso gut auch ohne Arduino umsetzen und es mit einem anderen Mikrocontroller machen. Es ist nicht unbedingt der Zwang da. Der Mikrocontroller muss natürlich den Umfang bereitstellen können, dass es dann auch zu dem passt, was ihr hier baut. Das muss natürlich schon sein, aber ansonsten ist jetzt ein Arduino und eben auch ein Arduino Code oder ähnliches keine Pflicht. Da gibt es auch andere Mikrocontroller, die sind fertig programmiert. Dann müsst ihr nur die Pins entsprechend passend dazu dran löten und dann könntet ihr auch damit das umsetzen. Also wie gesagt, war mir nur wichtig zu sagen, hier geht es wirklich um das Lenkrad selbst, um die Hardware ohne die eigentliche Software und was sich so um den Mikrocontroller selber dreht. Die genannten Änderungen, die aber nötig sind, damit das Ganze lauffähig wäre, wenn ihr das eben dann doch mit einem Arduino umsetzen möchtet, findet ihr dann auf meinem Discord Server. Das stelle ich kostenlos zur Verfügung, weil wie gesagt, ist nicht Teil des Produktes. Da macht quasi dann jeder sein eigenes Süppchen, wie er dann eben möchte. Einen Verkabelungsplan gibt es natürlich an sich für die Matrix und so. Aber der weitere Schritt, was dann den Code betrifft, gehört so gesehen dann nicht zum Umfang. Link ist dann auch zum Discord Server in der Beschreibung, stelle ich euch zur Verfügung. Da geht es, wie gesagt, gerade um die Matrix selber und eben um die Rotary Encoder, weil die Technik dahinter ist jetzt in dem Fall hier eine andere. Deswegen einfach ein Copy-Paste funktioniert dann da jetzt an der Stelle nicht, aber ist auch kein Problem. So, und das sollte erstmal zur Übersicht jetzt reichen, würde ich sagen. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da, damit du weitere Projekte wie dieses hier nicht verpasst. Und falls du Vorschläge für weitere Konstruktionen hast, lass es mich gerne wissen. Und jetzt geht es rein in den Zusammenbau des Lenkrades, wo ich noch ein bisschen zu kommentiere. Dann habt ihr davon auch schon mal einen guten Überblick und wir gehen jetzt rüber. Der erste Schritt, natürlich erstmal alles ausdrucken, logisch. Hier seht ihr jetzt einmal in der Übersicht alles, was dabei ist. Dann ist das Erste, was ihr macht, die Gewinnhülsen einmal alle einzulöten, sag ich jetzt mal, also mit einem Lötkolben reindrücken. Die Äußeren können ja eigentlich ganz gut reindrücken mit einer ganz normalen Spitzen, Lötspitze. Da habt ihr ein bisschen Platz nach unten hin. Also wenn die Spitze da leicht raussteht, ist das nicht so ein Problem. Ich zeige das jetzt gleich auch nochmal eben kurz, wenn wir jetzt hier die acht Stück erstmal drin haben. Eigentlich eine relativ einfache Sache, geht relativ fix. Macht den Lötkolben aber nicht zu heiß. Es reicht, wenn das so 100, 120 Grad oder irgendwie sowas sind. Das Filament soll nur leicht weich werden, damit ihr es reindrücken könnt. Da seht ihr, wenn das jetzt ein paar Millimeter übersteht, ist das für die Äußeren kein Problem gewesen. Für die Inneren sollte das aber schon eher so sein, dass es nicht übersteht. Es gibt natürlich auch extra Lötspitzen dafür, aber meiner Meinung nach muss das nicht unbedingt sein. Ich würde mir das jetzt nicht extra kaufen, habe ich ja in dem Fall jetzt auch nicht gemacht. Das reicht vollkommen aus, wenn ihr da irgendeine Lötspitze nehmt, die einfach nur nicht raussteht. Wenn ihr damit fertig seid, dann geht es daran, die Knöpfe reinzuschrauben. Die 14 Druckknöpfe auf der Front erstmal. Ist jetzt eigentlich auch nichts Spannendes an der Stelle. Das ist halt eigentlich einfach nur Mutter rausdrehen, Knopf reindrehen, Mutter wieder drauf, festziehen. Und dann habt ihr es eigentlich auch schon mit dem Schritt hier. Deswegen gibt es eigentlich gar nicht so wirklich was Spannendes zu sehen. Einfach nur die 14 Knöpfe rein. Seid noch ein bisschen vorsichtig beim Festziehen der Muttern, weil die drehen relativ schnell durch, ist mir aufgefallen. Also da übertreibt es nicht nach Fest kommt Lose und Lose kommt dann doch relativ schnell bei den Knöpfen, finde ich. Ist halt nur ein Kunststoffgewinde, deswegen übertreibt es nicht mit dem Schraubenschlüssel. Einfach nur leicht anziehen, das hält. Und dann kommen wir auch schon zu dem aufwendigsten Part von dem ganzen Lenkrad. Nämlich die Kabel überall dran zu löten mit der Matrix entsprechend des Verkabelungsplans. Und da musst du im Prinzip eigentlich nur darauf aufpassen, dass du eben auch das Ganze richtig verlötest. An sich kann ich halt nur empfehlen, nicht für alles die gleiche Kabelfarbe zu nehmen. Also am besten schon aufteilen. Ich habe es ja jetzt auch gemacht, rot, schwarz. Dann die Rotary Encoder auch nochmal in einer komplett anderen Farbe, also einfach in bunt, gelb, grün, weiß, blau. Bei der Menge an Kabeln schafft das auf jeden Fall etwas mehr Übersicht nachher. Ihr seht es jetzt hier gerade, wo ich die Kabel noch an den Mikrocontroller dran löte. Das ist schon ein Haufen Kabel, das muss man schon sagen. Ich muss da eigentlich nur ein bisschen den Überblick behalten, dann geht das aber. Macht die Kabel auf jeden Fall auch nicht zu kurz. Also gerade die Verbindungskabel, die nicht an einem Bauteil sind, sondern die dann noch zu einem anderen Bauteil hinkommen. Da kann ich wirklich nur sagen, lass die lieber etwas zu lang und kürze sie nachher nochmal, als dass du sie zu kurz gemacht hast und du ärgerst dich dann. Weil dann musst du das Kabel nochmal wieder rauslöten, längeres Kabel wieder reinlöten. Das wäre dann ärgerlich, aber das muss halt auch nicht sein. Wenn du daran denkst, dann wird das aber auch nicht passieren. Da habe ich jetzt noch die vier Massekabel von den Rotary Encodern auf einen Punkt gelegt und das war dann auch der letzte Lötpunkt für den Mikrocontroller. Da hatte ich dann alle drauf. Ihr habt jetzt gerade gesehen, dass ich die Grundkörper von den Shiftern noch mit Muttern festgeschraubt habe. Das habe ich jetzt aber nochmal geändert, weil ich mir dachte, wenn ihr nachher die Shifter versetzen wollt nach oben oder unten, so wie es ja möglich ist, dann sollte das doch meiner Meinung nach so sein, dass ihr dafür nicht das ganze Lenkrad aufschrauben müsst. Deswegen ist das mittlerweile so, dass ihr da die Muttern nicht braucht. Und ihr könnt die Shifter, ohne dass ihr das Lenkrad auseinanderschrauben müsst, halt eben nach oben oder unten versetzen. Und dann mussten auch nur noch die Shifter drauf gelötet werden, also die Mikroschalter von den Shiftern. Das waren jetzt so die letzten zwei Sachen, die noch gefehlt haben. Dann konnten die Mikroschalter eben auch an die Shifter wieder dran geschraubt werden. Das war eben auch schon montiert. Die nächste Empfehlung ist, testet das Ganze, bevor ihr alles zusammenschraubt. Das heißt also, wenn alles verlötet ist und alles soweit eigentlich funktionsbereit ist, schließt das Ganze per USB an und testet am besten einmal alle Funktionen, die das Lenkrad hat, durch. Shifter, Knöpfe, Drehregler, alles was so da ist. Guckt, ob es so funktioniert, wie es soll. Weil wenn nicht, dann habt ihr halt direkt noch die Möglichkeit, nochmal was zu ändern, nochmal irgendwas zu fixen, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Und wenn dann alles funktioniert und du einmal alles überprüft hast und du dir sicher bist, dass es jetzt so funktioniert, wie es soll, dann kannst du auch wirklich mit dem Zusammenbau beginnen. Also erstmal das Kabel dann auch wirklich durchführen mit der Kabeldurchführung, die du da vorher einmal dran klippst. Dann das Kabel mit der Zugentlastung auch fixieren. Dann kannst du es auch wieder in den Mikrocontroller schon mal reinstecken. Dann ist das schon mal verbunden. Das nächste wäre dann die Rotary Encoder. Einmal festzuschrauben, die Muttern alle festzuziehen, damit die schon mal an der Stelle sitzen, wo sie hinkommen. Und das nächste wäre dann eigentlich nur noch die Frontplatten rechts, links, richtig zu positionieren und Stück für Stück mit den Schrauben dann einmal festzuschrauben. Je nachdem, wenn die Kabel noch nicht so unbedingt an der Stelle sitzen, wo sie hin sollen, kannst du auch einen kleinen Inbusschlüssel oder irgendwas ähnliches nehmen, um die Kabel an die Stellen zu rücken, wo sie hin sollen. Und so sieht das dann erstmal aus. Achtet auf jeden Fall darauf, dass die Frontplatte wirklich dann auch komplett bündig auf dem eigentlichen Grundkörper aufliegt, dass kein Kabel eingequetscht ist oder ähnliches. Also es sollte nicht mit Druck zusammengeschraubt werden. Das sollte eigentlich schön bündig aufeinander liegen. Und dann kannst du dir auch schon deinen Quick Release, deinen Hub oder was auch immer du hast, woran du das Lenkrad festschrauben möchtest, nehmen. Und mit den sechs Schrauben dann auch diesen festschrauben. Dann geht es weiter mit den Griffen. Die musst du im Prinzip eigentlich nur drauflegen. Die jeweils drei Schrauben durchstecken. Von der anderen Seite die Mutter einlegen. Ein bisschen mit dem Finger festhalten, dass sie natürlich nicht wieder runterfällt. Die Schrauben nacheinander festziehen. Musst du schauen, wie feste du die dann wirklich ziehst. Das sollte natürlich vernünftig bündig aufeinander liegen. Aber so, dass jetzt die Griffe nicht komplett auseinandergequetscht werden. Das ist halt nun mal TPU. Dann noch fix die Shifter zusammenbauen. Den Arm einmal von innen nach außen durchstecken. Andersrum passt es nicht. Also auf jeden Fall von innen nach außen. Dann den Steckbolzen durchstecken mit den Unterlegscheiben. Das soll, so wie man auch sieht, ziemlich stramm sein. Das soll ja nicht wackeln oder ähnliches. Das soll feste arretiert sein. Das heißt, es kann ein bisschen schwieriger reingehen am Anfang. Kannst natürlich auch ein bisschen nachhelfen, wenn es sehr stramm ist am Anfang. Indem du dir eine Zange nimmst, was hinterlegst und dann so vorsichtig den Steckbolzen durchschiebst bis zum Ende hin. Splinte oder ähnliches sind meiner Meinung nach nicht notwendig. Der Steckbolzen ist so fest drin. Also wenn der rausfallen sollte, dann ist da einfach zu viel Spiel. Der sollte eigentlich bombenfest drin sitzen. Und dann ist das auch schöne stramme Verbindung. Wie gerade gesehen, dann noch die Schaltwitten selbst mit jeweils zwei Schrauben in die Langlöcher schrauben. Und dann müsst ihr auch nur noch die Magnete einsetzen und die Shifter sind fertig. Die Drehknöpfe sind so ausgelegt, dass ihr die letztendlich einfach nur draufstecken müsst. Die sollten relativ feste draufzustecken sein. Ihr seht es ja im Video, wie viel Kraft ungefähr notwendig ist. Dadurch, dass die Rotary Encoder abgeflacht sind und nicht einfach nur rund rutschen die auch nicht durch oder ähnliches. Das heißt, draufstecken und fertig. Und zu guter Letzt dann jetzt noch die Abdeckkappen für den äußersten Druckknopf draufdrücken. Die halten auch einfach nur so an der Mutter von dem Druckknopf, sodass ihr die einfach nur draufstecken müsst und dann halten die. Und das war es dann auch schon. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du hast jetzt auch Bock darauf, meinen GT Print V2 zu drucken. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir die gern in die Kommentare. Ansonsten bin ich auch per Discord immer gut erreichbar. Wenn du das Lenkrad dann gedruckt und zusammengebaut hast, kannst du die Fotos davon auch sehr gerne in Discord posten. Würde mich sehr freuen, eure fertigen Lenkräder zu sehen. Das war es dann jetzt mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Good luck, have fun.